Also entweder sind sie da in dem Dickicht jetzt aufgetaucht Wo ich den ersten Toten entdeckt habe Wobei das war ja Ein Toter glaube ich den die Orks getötet hatten Die Gittertür ist verschlossen Die kann man wahrscheinlich nicht mehr knacken Localize Gittertür Okay Aber ja Hier ist auch nichts Hm Okay das nehme ich da gerne mit Aber ja so wie es aussieht ist Super Salina Richtiger Richtiges Glücksspiel gewesen Weil wir hatten Glück Dass sie dieses Mal nicht so viel Paralyse Stein wie Starr gewirkt hat Oder Starr wie Stein Starr wie Stein Nicht Stein wie Starr Die Gittertür Auch die Gittertür Die Gittertür Was ist in der Gittertür naja die wagen hier sind auf jeden fall neu und da ist noch eine bärenfalle die hier entschärfen kann hmm so 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 Wo könnten die sein? Und so weit zurück brauche ich wahrscheinlich auch nicht laufen. Hier ist die Schutzhütte. Habt ihr die Tierfänger gefunden? Nein, bisher noch nicht. Also ich glaube nicht, dass sie hier irgendwo sind. Ich glaube schon, dass sie irgendwo in der anderen Richtung sind, nahe von ihrem Karren. Weil hier war der blöde Chemiekreis. Und keine Tierfänger. Die werden sich ja nicht hier irgendwo versteckt haben, oder? Nee. Ah stimmt, hier ist ja auch noch dieser Secret-Durchgang. Haben sie sich vielleicht hier drin versteckt? Nee. Und ja, hier sind wir jetzt... Ah doch, die sind hier vorne, die Tierfänger. Und das ist eine ganze Meute von denen. Oh Gott, das ist wirklich eine ganze Meute. Aber die sind schlecht bewaffnet, so wie die aussehen. Dann seid ihr wohl die Tierfänger, die da hinten die Tiere eingesperrt haben? Ja, das sind wir wohl. Und jetzt seht zu, dass ihr abhaut. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Ich habe die Tiere freigelassen und jetzt solltet ihr schnellst verschwinden. Ihr habt was? Das werdet ihr bereuen. Los Männer, auf sie! Hm, ei. Okay. Okay, die können zuhauen. Das muss man denen schon lassen. Was ist das? Halt! Watschange! Ja! Wow! Huh! 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 ja ich habe die tierfänger gestellt ich habe die tierfänger gefunden diese rede gestellt nachdem sie erfahren haben dass ich die tiere befreit haben begriffen sie mich an ich sollte jetzt siegel sieghelm trutzbacher aufsuchen den bericht erstatten räuber embleme freunde mich aber noch alles mit was ihr so habt das zu dir das zu dir das zu dir das ist das kann verkaufbar verkaufbar verbände zu dir das immer noch nicht was ich mit den beiden hühnern anstellen soll so gut das heißt wir gehen jetzt zurück und sagen ihm bescheid und dann geht es in unser anwesen zurück aufräumen und wendala kurz aus der gruppe raustun ach wir brauchen noch ein paar erfahrungspunkte bis wir stufe 19 erreicht haben habt ihr die tierfänger gefunden ja das habe ich leider haben sie mich angegriffen nachdem sie erfahren haben dass ich die tiere vergelassen habe ich hatte leider keine wahl als sie zu töten das geschieht diesen schurken ganz recht jedenfalls sind die tiere jetzt sicher vor ihnen leider kann ich für eure hilfe nicht entlohnen außer ein paar lederbändern habe ich nichts dabei mögt ihr die haben äh nein danke damit kann ich leider nichts anfangen eine benötigung ist auch nicht nötig das tut mir leid habt noch einmal vielen dank für eure hilfe möge vier und euch auf euren reisen behüten lebt wohl so damit ist er jetzt weg wir haben den tierfänger ich habe alle tiere befreit und mich um die tierfänger gekümmert von siegelbach habe ich noch ein paar von siegelhelm trutzbach habe ich noch ein paar lederbänder bekommen ja die habe ich abgelehnt gut dann sollten wir jetzt bei den silberfällen auch fertig sein 25 abenteuer punkte und wir können uns auf dem weg zurück zu unserem anwesen machen dort mit quark reden alles rausschmeißen was wir nicht brauchen wochen naja hier kommen wir nicht durch wir müssen außen rumlaufen wie m Soll Arthus Anwesen, bitte. Kämpfen, mal sehen, was haben wir hier Schönes. Ein paar Wildschweine und das war's, oder was? Ach, ein Ogre. Ogre, der Soldaten getötet hat. Und das war ein Ogre. Ja, Ogre töten, da hab ich nichts gegen. Vor allem, wenn sie einfach so Soldaten töten. Wildschweine will ich jedoch keine töten. Brave Grund, sie ist, bleibt schön da hinten. Hmm. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020